Für mich wird es sicher herausfordernd sein, das alles gut zu managen. Aber du kennst das eigentlich schon, du bist schon selbstständig, du weisst schon. Das stimmt, ja. Für mich wird es sicher auch die Herausforderung, dass ich noch nie selbstständig gearbeitet habe, 100%. Ich würde sagen, ich habe keine Erwartungen. Für mich ist es unmöglich, um voraus zu sehen, nur schon, wo wir in einer Woche stehen, geschweige dann, wo wir in drei Monaten stehen. Was erhoffst du dir von der Community auf Social Media eigentlich? Wir hoffen uns, dass möglichst viele mitziehen und dann ein Teil dieses Projekts werden. Also dass die Silvers sowieso, die schon dort wohnen, dass sie uns mit ihrem Know-how und mit ihrer Erfahrung unterstützen können. So weit wie es geht. Folgt uns auf dem Social Media Kanal, abonniert die Newsletter. Genau, wir sind Teil des Pionierprojekts, das es so in der Schweiz bisher noch nie gab.